Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute hier auf meinem Kanal. Heute nur mit ein paar ganz kurzen kleinen Infos und noch ein paar recht interessanten Infos zum Beispiel zu den Comics. Vieles mehr jetzt aber im Video. Bevor das ganze Video jetzt anfängt, möchte ich auf jeden Fall euch ganz kurz auf den Stream hinweisen, der hier am Sonntag stattfinden wird. Dort wird es eventuell zwei Giveaways geben, die unter anderem durch die Telegram-Gruppe finanziert werden. Das ist einmal das normale Adventskalender-Giveaway, was stattfinden wird an dem Tag und dann vielleicht noch ein Collectible. So, da bekomme ich von dem lieben Moin aber noch die Meldung, ob wir dann sozusagen zwei Collectibles zur Verfügung haben. Außerdem werden wir noch einen Gast dazu haben in dem Stream, wer das ganze sein wird, werdet ihr dann im Stream sehen. Ihr könnt euch auf jeden Fall aber gespannt halten. Außerdem wird es erstmal in diesem Stream darum gehen, was ihr zum Beispiel für Fragen habt. Da könnt ihr persönlich auch auf den Discord kommen, dann können wir auch zusammen quatschen, wenn ihr darauf Lust habt. Und ansonsten wäre sozusagen die zweite Phase primär damit, was zum Beispiel die Collectibles betrifft, was ihr zum Beispiel für Lieblings-Collectibles habt, was aber halt auch zum Beispiel für Collectibles in Zukunft extrem an Potenzial gewinnen könnten. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne eure Meinung auch mit teilhaben lassen. Vieles mehr auf jeden Fall in dem Stream. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die richtigen Themen an. Fangen wir hier als allererstes mit dem Comic-Drop am Mittwoch an, dem 8. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit. Und hier haben wir ein recht interessantes Comic. Wir haben nämlich hier die First Appearance of Dr. Octopus. Und das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Insgesamt, das ist dann das fünfte Amazing Spider-Man-Comic hier in dieser Reihe. Wir haben dann tatsächlich hier die 1, wir haben dann die 3 und dann haben wir die 14. Also der Kreis, der schließt sich auf jeden Fall immer enger. Wir sehen hier immer mehr Comics von diesen Serien. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool das Ganze und wird, denke ich, auch sein Potenzial haben. Erst recht, weil wir halt dort die First Appearance haben. Insgesamt, wenn man sich hier mal die Amazing Spider-Man-Comics ansieht, sieht man hier auch, die Comics haben schon ordentlich an Preis gewonnen. Das Amazing Spider-Man Hashtag 1 Comic momentan bei 80 Gems. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Dann hier das Amazing Spider-Man Hashtag 361 bei insgesamt 40 Gems. Und dann einmal bei 28 und bei 20 Gems. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung für eine Common. Ich denke mal, die Preise werden sowieso noch durch die Decke gehen, denn das schauen wir uns nämlich gerade mal nochmal an, wenn wir hier schon bei den Comics sind. Denn einige Comics gehen hier gerade ganz schön ab. Da haben wir nämlich zum Beispiel hier einmal die Common. Und zwar ist das hier keine normale Common, sondern die Marvel Comics Hashtag 1 Common. Und wenn ihr euch jetzt hier diesen Chart anschaut, dann wird der eine oder andere vielleicht sagen, warte mal, ist das denn der richtige Chart? Aber ja, es ist der richtige Chart. Wir können das Ganze hier auch nochmal laden. Und dann seht ihr, wir haben hier momentan einen Preis von 221 US-Dollar bzw. 221 Gems. Und das ist ganz schön heftig. Wenn man sich das mal anschaut, wo der Preis mal hier unten war bei den Comics, das ist noch gar nicht allzu lange her. Hier am 9. November ungefähr waren wir noch bei 50 Gems. Jetzt sind wir bei 221. Das ist schon sehr, sehr krass. Wir hatten hier schon einen sehr, sehr großen Sprung gehabt auf 165, haben noch einen kleinen Dip gehabt und sind jetzt bei 221. Was aber recht paradox ist in dem Fall, dass hier die Listings in dem Fall hochgehen. Diese sollten ja aber eigentlich, wenn der Preis steigt, nach unten gehen. Ja, was das damit jetzt zu tun hat, kann man natürlich nur irgendwie vermuten. Auf jeden Fall sieht man hier, das hat hier ordentlich Plus gemacht. Insgesamt 51% in den letzten 24 Stunden und um 80 Dollar ist das Ganze gestiegen. Und wenn man mal überlegt, das Ganze ist damals vor, weiß ich nicht, 2 Monaten oder wo das Comic halt rausgekommen ist, für wirklich Peanuts über den Tisch gegangen. Und viele Leute haben diese Zeit genutzt und haben da richtig viele Comics von gekauft. Ich persönlich bereue es extrem. Ich habe zwar 3 Comics davon, ich habe auch 2 Comments. Aber trotzdem wäre es natürlich deutlich schöner gewesen, wenn man dort wirklich noch einige noch mitgenommen hätte. Naja, hätte, hätte, Fahrradkette. Man kann es beim nächsten Mal einfach nur noch besser machen. Aber das wollte ich auf jeden Fall mit euch mal geteilt haben. Insgesamt, die Marvel Hashtag 1 Comics sind hier ziemlich am durchdrehen. Wenn man sich das mal anschaut, hier allgemein alles ziemlich am steigen. Wir hatten hier erst letztens wieder ein gutes High bei der Rare. Die Ankommen hat hier auf jeden Fall auch sehr gut zugelegt. Wenn man sich aber das Ganze mal anschaut, liegen die Ankommen, wie auch die kommen, gar nicht so weit auseinander. Und die Rare auch nicht. Die Rare ist tatsächlich hier mehr oder weniger ganz schön nah dran. Und wenn man sich hier mal den Supply anschaut. Wir haben hier 524 Stück gelistet mit einer Stückzahl von 48.000. Und hier haben wir insgesamt bei der Rare 3.074 gelistet. Klar würde der ein oder andere sagen, das hat jetzt mit dem Cover halt auch einfach was zu tun. Das stimmt. Trotzdem finde ich, ist dieser Preis hier ganz schön niedrig. Dafür, dass wir hier eine Rare haben mit so wenig Listings. Aber gut, ich bin kein Comicsammler. Ich denke, da sind andere Leute deutlich erfahrener. Ich wollte das Ganze aber mit euch mal teilen, weil ich das persönlich sehr interessant fand. Und für jeden, der hier auf jeden Fall dieses Comic besitzt, ist das denke ich auch sehr, sehr interessant. Dann kommen wir noch zu einem ganz kurzen Hinweis für euch. Denn heute findet von WomanXVV ein kleines mehr oder weniger Interview, wie auch immer, statt. Auf jeden Fall machen sie hier eine Live-Schalte mit dem lieben Reese Skellern. Das Ganze findet hier um 22 Uhr deutscher Zeit heute statt. Wenn ihr dort teilnehmen wollt, ich packe euch das Ganze unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr da auf jeden Fall vorbeischauen. Und ich werde auf jeden Fall mir das Ganze, denke ich, auch ansehen. Und hoffentlich geht das nicht allzu lange. Denn ja, irgendwann muss man natürlich auch schlafen gehen. Aber ich werde auf jeden Fall auch am Start sein und mir das Ganze reinziehen. Und wenn ihr da auch am Start sein wollt, kommt sehr gerne vorbei. Vielleicht werde ich das Ganze auch streamen, mal schauen und das einfach ein bisschen live kommentieren. Mal sehen. Dann haben wir jetzt aber noch zum Schluss noch ganz kurz den Markt, den wir uns einmal anschauen. So, dann sind wir jetzt hier auch im Chart. Und ich habe ja gesagt, dass ich mich, was Prognosen angeht, ein bisschen zurückhalten möchte. Und dabei bleibe ich auch. Was ich jetzt aber hier nochmal ganz kurz sagen möchte zu dem ganzen Chart. Der Kurs ist ja momentan generell ziemlich down. Ich habe persönlich hier aber für mich einen Kaufbereich nochmal berechnet. Ich bin das Ganze jetzt mit dem Chart nochmal durchgegangen. Hab nochmal geschaut, okay, wo wäre jetzt zum Beispiel hier mit dem Tool ein möglicher Kaufbereich. Ich habe das persönlich auch ziemlich schlampig gemacht die letzten Male. Deswegen wollte ich das hier einfach nochmal korrigiert haben. Und hier haben wir diesen Kaufbereich. Und wie man sieht, also das hier ist die Resistance. Das hier ist der Kaufbereich. Und hier sind wir reingedippt etwas. Aber wirklich noch nicht viel. Wir sind daraus auch sehr, sehr gut reagiert. Die Frage ist jetzt natürlich, werden wir hier nochmal korrigieren. Und das ist natürlich möglich. Und ich denke tatsächlich, dass wir hier wirklich nochmal eine Möglichkeit von 25% sehen könnten, wo der Kurs nochmal einknickt. Das ist natürlich dann für alle, die dort einkaufen, extrem gut. Weil wenn man sich das Ganze mal anschaut, sind das hier einfach mal satte 100%. Wenn wir dann hier dieses High knacken, die man dann dort mitnehmen könnte. Ich persönlich werde auf jeden Fall, wenn der Kurs hier runter geht, nochmal einsteigen. Für euch ist das natürlich aber keine finanzielle Beratung hier. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, die ich hier mit euch teile. Und macht auf jeden Fall eure eigenen Entscheidungen, was das angeht. Aber wie gesagt, das werde ich persönlich machen, dass ihr das auf jeden Fall auch wisst. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war informativ für euch. Und konnte euch in irgendeiner Weise helfen. Ansonsten würde ich mich sehr mal ein Like, ein Abo und ein Kommentar von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis bald und ciao, ciao.